die insel hatten wir ja schon fertig oder ich bin da noch mal auf der insel ich braucht nämlich unbedingt okay und ich war glaube ich generell nicht ich war noch nicht tauchen gut dann haben wir das machen bei dem wunderschönen stürmischen wetter der kann auch gerne weg bleiben ja ins wasser stimmt wir haben ein großes chronisches plastik mangel hast du meine ich dachte eisenmangel das so wofür brauchst du das ganze klasse zu bauen um die nächsten etagen zu enden zu bringen ja ich habe hier ist was ist das wo nicht nämlich doch dann so gern so ein kaktus mitnehmen hier liegt einfach nur holz rum ok hier rennt wieder ein dodo rum ich sage jetzt einfach mal dodo dazu stell dir vor die würden den arg so schnell laufen ich bin gerade unter wasser steine brauche ich mir nicht auch und ich hatte ein hei ja viel spaß mit dem das werde ich nicht haben aber ich hab wieder keine taucher ausrüstung dabei ich auch nicht das geht aber ohne recht gut ich habe das menü offen und ich sehe von vorne nur das maul vom hai Es ist halt auch gerade so dunkel, das ist auch kacke. Alter, da kommt er immer von vorne an und knabbern an mir rum. Ich weiß zwar, dass ich zum anbeißen bin, aber es ist, oh hier ist noch eine Kiste. Ist und bleibt ein Arschloch. Fischrezepteintopf. Sicher, dass wir die gelootet haben? Ich glaub's nicht. Ich glaub wir haben oft gehört, bevor wir hier drauf sind. Ah, es wird Tag. Das Rezept schmeiß ich mal raus, das brauch ich nicht. Wie viel heller es auf einmal wird. Hm. So, wo ist ein Arschloch? Hier ist ein Frachtcontainer. Ich bin doch bei einem Frachtcontainer. Da ist nichts drin. Äh, was ist das? Das ist ein Fass. Das müsste wieder Stein sein. Wir müssen hier auf jeden Fall mal richtig rum gucken. Aber ich glaub hier ist wieder irgendwo unter Wasser ein kleines, äh, verstecktes Secret. Ich bin hier bei dir grad. Oh Gott, das wird spaßig ohne Masken. Hm. Warst du hier unten schon? Nö, ich bin aber noch grad dabei. So ein bisschen Schrotz sammeln. Ja, wie gesagt, Ton bräuchte ich dringend. Wie sah der nochmal aus? Größere Steine. Wow. Das sind größere Steine, das ist die Beschreibung. Ah, okay, so. Und ein bisschen heller, musst du sagen, von der Textur her. Ja. Auch nicht zu hell, dann ist es wieder Sand. Äh, ja, das Sand habe ich auch vorsichtshalber nochmal mitgenommen. Wir werden bestimmt irgendwann wieder Glas brauchen. Ich nehme ehrlich gesagt zur Zeit vorsichtshalber alles außer Stein mit. Na, Stein brauchen wir wirklich nicht. Aber irgendwie, es ist auch grad nicht wirklich ein Heid zu sehen. Äh, vielleicht braucht er ein bisschen noch mit dem Pettel zu kommen. Ja, mein Körper hat ihn so geil gemacht, da muss ich erstmal eine Frau suchen. Wenn dein Körper so geil ist, warum nimmst du nicht dich als Frau? Ne. Oh, da, ich sehe Arschloch ankommen. Und da bin ich wieder angeknabbert worden. Das sah ja nicht eigentlich so aus, als wärst du drüber gesprungen. Ja, nee, war leider nicht so. Äh, das dorthin. Wo war sie weht haben nochmal? Hab ich eingesammelt und ist hier in der Mitte. Ah, okay. Hier ist ein Glas, da ist ein Norgel. Da sind zwei Toren, Metallschrott, Sand, äh, Holz hab ich auch noch ein bisschen was. Das breite ich aber gleich. Okay, dann kriegst du deine Honigwaben da oben rein. Sechs Tüks. Jetzt muss ich gucken, wo bin ich stehen geblieben beim Bauen. Ich glaube, an den Bewässerungsteilen hier waren nicht alle angeschlossen. War da nicht was? Dass da nicht alle angeschlossen waren? Stimmt, die hier hinten fehlten. Also der hier zumindest. Der ist gewässert. Ne, warte mal, der ist doch auch gewässert. Hä? Ich verstehe das jetzt. Ich muss gucken, wenn die Dinger an sind, was wie gewässert wird. Ich freu mich gleich nach. Ja, ich helfe dir gerade mal, wenn wir abholzen. Ich brauche ein bisschen was wieder für die ganzen Öl. Ja gut, ich habe nur ganze vier Sätze. Äh, ich habe gar keinen. Gut, die letzten zwei werde ich hier auf jeden Fall nicht bewässert und diese zwei glaube. Wenn das Spritzen tut, müsste das bis hierher kommen. Das kommt bis dahin. Da oben ist keine Batterie drauf. Äh, haben wir hier noch eine. Jo. So. Benötigt war. Fick dich doch, ey. Äh. Da, 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 da. Los. Du kannst doch auch Salz was da nehmen. Nur so halt daneben. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, wenn der abspritzt, bis wohin der wässert. Reicht eh eine Tasse Wasser eigentlich da drin aus zum Wässern? Eine Tasse Wasser reicht, glaube ich, für drei Wässgänge. Dann soll der mal was machen. Sein Wasser ist auch komplett voll. Ist die Batterie oben leer? Ne, ne, die habe ich gerade erst drauf gesetzt. Dann kann der nur auf einer Ebene gießen. Nicht von oben nach unten. Dann, äh. Ja. Muss das Ding da oben weg. Äh. X. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir das machen. Es geht nicht anders. Entfernen. Ich muss eben Dinge leider Gottes entfernen. Ja. Ich glaube auch sowieso zwei, drei Durchgänge und wir haben keine Setzlinge mehr. Machen wir den dort hin. Das dort hin. Benötigt Wasser. Hm. Hm. Kannst wieder von vorne auffüllen. Das ist nicht so wild. Leck mich doch am Arsch, ey. So, die Bäume da hatten wir. Perfekt. Ähm. Ah. Dann drehe ich mal kurz den Kurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Ach so. Ja, der wässert das. Jetzt haben wir aber das Problem mit den beiden hier hinten, ne. Die werden noch nicht gewässert. Kannst du mir kurz beim Ablichten helfen? Danach kannst du ablegen, nicht ablichten. Äh. Ja. Ich muss dir so mal überlegen, ne. Danach kannst du gerne weiter bauen. Warte mal. Wir fahren erst einmal rückwärts einstellen. Genau. Danke. Das heißt, wir müssen nochmal zwei Sprenkler hier hinsetzen. Das geht nie anders. Oder wir machen die nochmal weg und bauen die dann. Ey, ich will das ungern nochmal abreißen. Dann. So. Perfekt. Dann. 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 Ja. Dann. Dann. Jetzt nochmal Sprenkler bauen. Ich würde ja gucken, ob hier irgendwie eine Leiter platzieren kann. dass man das Wasser von unten dann holen könnte. Oder das geht so, wenn ich das so mache. Wenn ich das jetzt so mache, ist das dort. Das, 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 das. Komm hier runter bitte. Ich habe überhaupt kein Holz mehr, oder? Ich habe gerade noch ein bisschen, aber nicht viel. Da musst du leider warten, bis vorne wieder nach vorne. Ich farme hier hinten die Netze nebenbei ab. Die gehen mir eigentlich auch schon eine Menge. Naja, ich brauche immer vier Holz für eine so eine Plattform. Hass haut ab. Wenn ich dann hier hinsetze, könnte man das theoretisch hier hinsetzen. Genau. So. Da haut schon wieder ein Fass ab. Na, was war denn das gerade für ein Leck? Ich habe keinen gehabt. Da. 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 Das hört man sogar soundtechnisch. Okay. Auslastung. Alles bei mir gerade. Bei mir. Bei mir. Bei mir spinnt aber auch nicht drum. Ich spiele das Spiel mit einer 6% CPU Lastung. So. Dann was brauchen wir dafür. Ich brauche noch drei Blanken. Die kann ich mir unten ganz in Ruhe holen. Ich brauche... Ja, was denn? Ja, 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 ja. Ja, wir fahren nun mal eben so an der Insel vorbei. Da kann ich aber nichts dafür. Warum muss ich denn immer 24-7 schauen, ob da ein Ende ist? Weil ich gerade verhungere. Was? Ja. Ich verhungere gerade. Jetzt. Hier. So. Das sollte nicht passieren. So. Ach komm. Ja. Wir gönnen uns jetzt den hier. Reicht nicht. Äh, da habe ich schon ins gesetzt. Genau das brauche ich. Ich brauche noch drei Holz. Das war ein Witz mit Holz, was hier hinten drin ist. Mike. Ja, ich renne zum Anker. Ich habe es gerade gesehen. Okay. Ich hab es gerade gesehen. Achso, jetzt kann ich... Ne, mir fehlen noch 3 Seile. Achso, oh Gott, das erschreckt mich nicht so das Spiel. Ja, Hals, ich brauch wieder Hals. Hals, 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 Hals. So, 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 so. Gliberititsch, Gliberititsch, Gliberititsch. Arschloch. War klar, dass der wieder nur für mich geht. Geh an Land und knabber in Darkorum. Ich bin unter Wasser. Und ich hörs auf gerade. Und bin zweimal angeknabbert worden. Ich hörs auf nicht, ich verdurste. Oh, ich hab mich gerade mal vollgesoffen. Na, okay, ich muss drücken, ich muss checken. Ähm, hier, Sand, Lehm, Altmetall. Oh, es ist vielleicht keine gute Idee, wenn ich jetzt schwimmen gehe. Ja! Noch einmal und ich bin tot. Oh, ey. So, ein kleiner Pümmelklatscher. Oh, scheiß Viech, ey. Sag, ja, das ist voll der kleine Pümmelklatscher. Oh, hier gibt's wieder ordentlich viel Erze. Ich muss erstmal hochheilen. Ich stuhl, ihr habt doch aber hier noch was. Äh. Äh, wie mach ich das nochmal? Wie mach ich das nochmal mit der Heilsalbe? Ach so. Nice. Äh, da komm ich nicht dran. Scheiß, hi, ey. Ich hab's bis auf die andere Inselseite gehört. Guck mal, ich hab doch noch... ...das da. Ohne Worte bei dem Vieh. Hahaha. Tü, 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 tü. Patsch, patsch, patsch. Ey, sage mal. So, jetzt kannst du auch wieder gerne einen Köder angeln. Ich habe noch nie eng geangelt. Deswegen ja, kannst ja mal mit anfangen. Nö. Ich mache hier oben weiter. Ich brauche schon Holz. Du musst sowieso einbauen, Bedenken. Da kommen ja jetzt noch ganz viele neue Rohre dazu. Jaja. So weit denke ich schon mit... Denke ich mal. Da kommt ja eine ganze Rappanerie. Wir haben doch noch mehr als genug Platz, vor allem in der oberen Etage. Oh, er trifft mich auch noch. WTF, wo kommen wir denn jetzt schon wieder her? So und so. Ich habe jetzt noch zwei Samen rausgekriegt. Das ist deprimierend. Scheiße. Ein Himmel und ich bin down. Das ist etwas deprimierend. So. Kacke war das knapp. So, 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 so. Da kommt jetzt gleich noch das Bewässerungsspäßchen dran. Sprengler, Kunststoff, Schrott, Bolzen, Leitplatine. Bolzen, Schrott, so, Leitplatine, Kupfer und Glibber. Dann zwei Sprengler. Jetzt fehlt mir wieder das Plaste. Oh leu, wir haben hier noch Leitplatinen drin. Sag mir das doch einer. Darko. Wusste ich nicht. Darko. Uns fehlt Plaste. Dann geh jetzt tauchen, damit wir schneller hier wegkommen und damit da habe ich mich nicht immer knapp. Ich finde ja auch Plaste unter Wasser. Ja klar. 100 Punkte für dich. Nein, das ist ja nicht meine Intention dahinter. Wenn du tauchst, kommen wir hier schneller weg und dann findest du Plastik. Guck mal. Ein Plaste, jetzt fehlen nur noch 8. Hinter der Hände ist übrigens einiges. So, hier kommt das nächste. Dann fehlen nur noch 7. Wenn der Haken mal richtig treffen würde. Okay, mal bitte den Hai. Boah, noch mehr extra Wünsche. Haben wir früher auch immer irgendwie hinbekommen. Früher. Ist aber nicht jetzt. Und dort hin. Das. Und dann da drüben noch. Und dann muss da noch was hin. Und das wird dort nicht gehen. Das. Ist. Mies. Und dort war das glaube ich. Tü 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 tü. Da können wir nämlich dann wirklich auf die dritte Etage der Raffinerie das alles bauen. Das gefällt mir. Ey, willst du mich verarschen? Gib mir Nägel. Wieso kann ich das da nicht platzieren? Ach, da ist der Kackofen im Weg. Da ist der Kackofen im Weg. Ja.